so also ich habe jetzt ich muss jetzt gerade was gucken kann ich jetzt also ich habe mir das jetzt gerade mal ein bisschen was genauer angeholt ich muss jetzt kann überlegen wie die steuerung war so meditieren so was richtig weil ich muss jetzt so es öffnet einzig eine der säulen so so Oh, da ist was aufgegangen. Ich habe hier gerade was geschlappert, deswegen mache ich das gerade weg. Ein Schild und ein Schwert. Cool, ein Schild und ein Schwert, ein Reittier. Cool. Muss ich die jetzt ausrüsten oder sind die jetzt schon komplett ausgerüstet? Ja, wir haben einige Sachen jetzt gekriegt. Wir knallen jetzt gerade mal unsere Dings hoch. Ein bisschen Materialien heften. Wir haben jetzt Zeugs ohnehin bekommen. Wir haben jetzt gute Gesundheit, gute Naderkampfschaden. So, Queen immer dabei. Was ist das überhaupt? Okay. Hier haben wir noch mehr Sachen zum erhöhen. Reit theoretisch. Cool. Auf jeden Fall hat sich die Nummer schon mal wieder gelohnt. diese Quests. Ja, da haben wir uns das einfach mal angeguckt gerade. Und wieder hat sich ein bisschen was getan. Dann gelohnt wieder auf jeden Fall. Ich könnte, ich gehe mal kurz hier hoch, dass ich den Puck kriege. Dass wir hier zumindest schon mal herreisen können. Er ist da oben. Mhm. Komm ich da aber zu hoch? Oop. Oh. synchronisieren wir die ganze nummer einfach mal so da mal ein reisepunkt dann haben wir hier unten noch mal eine quest hier oben wäre noch neben quest die würde ich ja gerne noch machen auf jeden fall ja dann reisen wir mal darüber aber da ist nämlich die nächste unserer quest also hilfe das weiß ich was wichtig zu einmal kurz dezent in den tod gesprungen wo ein not so darüber wollte ich gutes reit hier was auch immer du bist aber wir können jetzt schon von a nach b retten rennen reisen jetzt verschweigen was ist das für ein vieh das hippografe oder so was könnte das sein so ähnlich in die richtung weil das ist das ist jetzt ist das die erstes blut heiße aber die machen wir erst in der nächsten folge was ein cooles bild nach wie gesagt dass die folge ein bisschen kürzer sind teilweise weil ich meine wir machen auch kurz an das andere ding machen wir noch was dran bis vor ich die quest mache hier ich bin auch ein schön meine pläne manche plänen einen schatz blindern da ist die quest da ist ein schatz der ist da oben irgendwo oder jetzt bestimmt da irgendwo drin genau da oben ist nämlich der eingang da oben ist mich erst der eingang das also das ding hängt hier quasi noch mehr oder weniger in der anderen folge mit rein damit die nicht allzu kurz ist bei acht neun minuten bräuchte nicht ich will sie schon zumindest im zweistelligen bereich aber wie gesagt noch mal ich fahre jetzt quasi am freitag im urlaub ich möchte gerne wieder ein bisschen mit ein bisschen mehr material für euch haben deswegen ist es halt jetzt erst mal so dass es ist das ist ja nur jetzt erst mal kurzere folgen gibt wie soll ich wieder da bin es ist dann wieder etwas besser ich will den schatz die plünder noch schnell jemand war kürzlich hier versperrt es muss einen weg geben die spuren hier sind frisch es muss einen anderen weg hinein geben naja warte mal ja alles gut soweit hier ist doch noch irgendwas komm ich da nicht hoch ja was denn der komplizierte scheiße gerade ja 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 Ist das die richtige Seite? Nein. Okay, ist das die andere Ecke. Oh, jejejejejajajaja! Huffzelein! Ich wollte eigentlich nur mal kurz Hallo sagen hier! Darum geht's rein, scheinbar. Halt, ich brauche dich nicht so. Ich steue irgendwie hoch oder was? Oh. 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 Frage? Ist die Quest da drin? Nee, ne? Die ist da drin eigentlich, die Quest, aber wo komme ich da jetzt ran? Ja, das ist da drin. Hier sind wir ja schon mal gewesen Das ist auch ein Eingang Der ist hier auf der anderen Seite Ich wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, in die andere Richtung zu rennen Naja, gucken wir uns trotzdem in der nächsten Folge an